So, wie geht's noch? Ja, das ist ein bisschen, ja. Endorphin ist ein bisschen... Super. Okay. Na, da kommt natürlich der ganze Support mit. Der ganze Support. So. Wenn ihr die Jungs hier vorne richtig ärgern wollt, dann kippt ihr einfach mal kurz die Gug-Tro. Aber nur, wenn ihr die ärgern wollt. Aber wissen wir, was das stimmt. Das kommt dann immer noch ärger. Gut. Schauen. Wow. I don't want to talk about it, but you are really fast, really. You're like... Kung Fu. No, you... Hahaha. You're really the Iron Monkey. Iron Monkey. Fast. Okay. Mike is ready? I'm gonna have a talk. Haha. Mike is still ready. Okay, so I'll be gonna go. The knife is still ready. Woo! The DJ wants to beat and to spin the shit. Let's go! Finish my land on this. So they won't be fighting judgment right now. Let's go! Then go! I mean pop them up! I will go! I will go. I will go jump! Gonna be driving a little bit. Stop reading. Which is it. All right, all right, stand high. Slow track two. Musik 2, 5, 4, 6, 7, 8. Das war's. Und alle Verspannungen direkt im Rücken einfach weggeklotten, schön weggebollt, ey. Und dann machst du dir jetzt Sorgen, dass du die da mitmachen kannst, weil sie wird sie... Geil, komm. Brauchst du immer noch ein kleines Bier, ne? Echt, mal gucken, vielleicht später. Zur Achter Show, zur Achter Show. Pssst, ruhig jetzt, nicht quatschen, machen wir gleich. Und das kriegst du dann, okay. Gut, aber bevor es das gibt und überhaupt hier weitergehen können, müssen wir natürlich bis in der nächsten Runde gehen. Und das wissen wir gemeinsam, wenn wir die ganze Runde zählen in drei! Drei! Eins! Ja! Ja! Alright, ganz knapp. 2 zu 1. Aber Leute machen Applaus. Mein Applaus ist schon voll, ich werde ein bisschen am Fußtag jetzt kommen, ja?